Fynn Bartels, zumindest ein Eckball, kommt noch mal dabei raus. Und das Publikum ist eh da, die Herrschaften dahinter, Tor. Schauder, es war Schauder, ich werde verrückt, der Torwart püfft den Ausgleich. Ich weiß nicht, ob es in der 2. Liga jemals einer geschafft hat, in der 1. nur Jens Nehmann und Frank Ross. Ich wiederhole, der Torwart püfft den Ausgleich und dreht selber durch da unten. Schauder püfft das 2 zu 2 und wie er es macht, alle Achtung, und wir sagen, wir haben keine Stürmer, wir haben einen Stürmer, der spielt nur sehr weit hinten.